Was ist die Beobachterrolle? Was man in dieser Beobachterrolle erkennen kann. Heute geht es darum, wie man in diese Beobachterrolle kommt. Denn das war auch das, was ganz viele von euch kommentiert hatten unter diesem Video. Die Frage, wie komme ich denn dahin? Und wie es bei allen verschiedenen Zuständen so ist, du kommst auf jeden Fall nicht durch eine aktive Handlung dorthin. Das kannst du dir völlig abschminken. Die aktive Handlung geschieht immer nur durch deinen Verstand. Die Beobachterrolle hat aber nichts mit deinem Verstand zu tun. Denn sonst könntest du diese ja wahrlich und willentlich einnehmen. Funktioniert aber nicht. Die Beobachterrolle zu erreichen, ist der Weg zurück zur Achtsamkeit. Die Achtsamkeit wird immer und immer wieder als ganz wichtig angesehen. In unterschiedlichsten Bereichen für unterschiedlichste sogenannte Zwecke. Die Achtsamkeit, das was ich darunter verstehe und auch noch einige andere Menschen, ist aber genauso wenig eine aktive Handlung. Die Achtsamkeit bezieht sich nicht nur darauf, dass du Erlebnisse hast, die du ganz bewusst wahrnimmst. Dass du dein Leben, das was du als Leben definierst und das was du als ich definierst, bewusst wahrnimmst. Sondern es geht um jeden Moment. Jeder Moment, der mit etwas verbunden ist. Beispielsweise mit einer Bewegung deines kleinen Fingers. Mit der Bewegung deines ganzen Beines. Oder die Bewegung, überhaupt die Augen aufzumachen. All das ist Achtsamkeit. Aber nicht nur das Erkennen, dass du das gerade machst. Und dass vor allem nicht du es machst, sondern dass es frei ist von deinem sogenannten Willen. Dass es frei ist von deinem Verstand. Wenn du dir einmal ein Kind anschaust, dann ist es so, dass das Kind scheinbar alles lernen muss. Beispielsweise wie es krabbelt, wie es später läuft, wie es alleine eigenständig ist und so weiter und so fort. Das sind aber alles Prozesse, die auf der Verstandsebene koordiniert werden. Die quasi organisiert werden. Damit das in einem gewissen Muster, in einer gewissen Struktur ablaufen kann. Das, was aber wirklich hinter dieser Struktur steckt, ist das Wesen, ist das, was du wirklich bist, was sich diesen Prozess anschaut. Und genau das ist Achtsamkeit. Das zu erkennen, das zu fühlen, dass diese ganzen Prozesse, diese erlernten Strukturen Ausdruck deines Verstandes sind, welche du dir anschaust. Und genau das ist die Beobachterrolle. Wie kommst du dorthin? Indem du wirklich auf das Tiefste in dir zurückgehst und du jede einzelne Bewegung, jede einzelne gedachte Sache dir anschaust. Indem du erkennst, dass alles das geschieht ohne dein Ich. Das geschieht alles ohne dich. Es ist nur die Frage, wer macht das? Und diese Frage ist wiederum eine Frage auf der Verstandsebene, die sich sehr viele Menschen beantwortet haben wollen. Darum geht es aber nicht. Es geht ausschließlich darum, dahinter zu gehen, zu erkennen, dass all das immer und immer wieder stattfindet. Und dass das, dass es stattfindet, etwas mit dem Verstand zu tun hat, aber das, was dahinter liegt, nicht. Beispielsweise, wenn du einen ganzen Tag von dir nimmst, dann gibt es unglaublich viele Handlungen, Prozesse, Strukturen und Muster, die du immer und immer und immer wieder durchläufst. Das fängt beim Aufstehen an, indem du, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Augen öffnest. Wenn du die Augen geöffnet hast, dann fangen die Denkstrukturen an, in deinem Kopf sich abzuspielen. Dann ist es so, dass du wie automatisiert aufstehst, weil vielleicht eben der Wecker geklingelt hat und dann gehst du die Treppe runter oder wenn du eben schon ebenerdig da das Bad hast, dann gehst du wahrscheinlich als allererstes Mal in das Bad, gehst auf die Toilette und so weiter und so fort, bis du am Abend dich wieder ins Bett legst und dieses Mal das Gegenteil machst, die Augen wieder schließt. Das alles ist etwas, was du dir durch die Achtsamkeit ganz anders anschauen kannst. Denn alles, was passiert, ist nicht von dir, nicht durch dein Ich definiert, ist nicht durch dein Ich ausgeübt. Du denkst das, weil du gar nicht dahinter schaust, was wirklich geschieht. Indem du jede einzelne Handlung, jeder einzelne Prozess und jede einzelne Struktur von dir löst, Indem du dir das als Beobachter anschaust, wie wenn du jemand anderem zuschaust, wie er etwas macht. Genau dann wirst du feststellen, dass es einfach geschieht. Dass, wenn du jemand anderem zuschaust, du auf einmal auf Dinge achtest, Dinge erkennst, auf die du bei dir selbst gar nicht achtest. Dass du die Finger einzeln bewegen kannst. Was da abläuft, bezogen auf das, was du dir dabei anschaust, ist etwas ganz anderes wie die Struktur, die es ermöglicht. Die es dir zeigt, durch deine Augen, durch die Synapsen in deinem Gehirn, die so aneinander verschaltet sind, dass das physiologisch möglich ist. Das ist aber nur das, was du denkst. Es ist nicht das, was wirklich ist, weil du diese Identifikation mit deinem Körper, mit deinem Verstand hast. Jede einzelne Bewegung, jeder einzelne Prozess und jede einzelne Struktur kannst du erkennen und dementsprechend weit weg gehen in die Beobachterrolle. Denn es ist ein weit weg gehen, indem du dich wirklich in einem massiven Weitwinkel befindest. Indem du nicht mehr Teil deines Körpers bist, weil du hinter dem Körper bist, weil du überhaupt des Körpers bist. All das zeigt sich in der Beobachterrolle. Und indem du diese Achtsamkeit ins genaueste Detail jeden Tag immer und immer wieder dir aneignest, dir anschaust und erkennst, was hinter all dem ist, kommst du immer mehr in die Beobachterrolle. Und dir wird so viel auffallen, dir wird bei jeder Emotion, die verstandstechnisch erzeugt wurde, auffallen. Hä? Warum habe ich denn jetzt auf einmal so eine Freude? Woher kommt denn jetzt auf einmal meine Wut? Weil du Abstand dazu gewinnst. Du bist nicht mitten im Geschehen, wie du das immer und immer wieder hast, wenn du nur in diesem Ich-Prozedere agierst. Denn indem du dich davon löst, indem du einen Schritt zurückgehst, guckst du dir das Ganze an, wie wenn du dir einen Film anschaust. Und das ist wirklich Übungssache. Das ist nämlich ein Erkennen und ein Erfühlen, was überhaupt nichts mit deinen Denkstrukturen zu tun hat. Weil dir werden sehr viele Situationen begegnen, auffallen, in denen dein Verstand es sich überhaupt nicht erklären kann. Und wenn es eine verstandsorientierte Handlung wäre, dann müsste er sich das erklären können. Kann er aber nicht, weil er damit nichts zu tun hat. Weil du als Wesen das beobachtest, was hier abläuft. Was natürlich auch dementsprechend mit deinem Ich, mit deinem Körper abläuft. Solche Achtsamkeitsübungen sind so tief, die gehen viel, viel weiter als das, was die allermeisten Menschen unter Achtsamkeit verstehen. Zu wissen, was ich heute gemacht habe und die Handlungen aktiv betrieben zu haben und mir bewusst zu werden, wie ich mich hier und dort und egal was es war, entschieden habe. Das hat nichts mit Achtsamkeit zu tun. Das ist lediglich ein Fokus, den du setzt auf etwas Bestimmtes. Das machst du natürlich auch bei dem, was ich dir gerade erklärt habe. Aber es ist kein starrer Fokus, sondern es ist ein ganz, ganz, ganz weiter offener, sehr in die Tiefe gehender Fokus. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn du in der Front alles unscharf siehst, aber dafür in der Peripherie alles scharf ist. So scharf, dass du erkennst, dass du nur Beobachter bist. Ich weiß, das ist weder einfach zu erklären, noch einfach dem Ganzen sich hinzugeben. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich deshalb, weil du dadurch so sehr mit dir selbst in Verbindung kommst, dass du immer mehr merken wirst, erkennen wirst, dass alles das, was dir Jahre, Jahrzehnte lang du dir selbst durch dein Ich vorgespielt hast, nicht dein wahres Ich ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob der diese Erklärung etwas für dich gebracht hat. Weißt du annähernd, wie du diese Achtsamkeit so praktizierst, dass du in diese Beobachterrolle rutscht? Und es sei dir direkt gesagt, das funktioniert natürlich nicht, wenn du das jetzt ein, zwei, drei Mal machst für eine Stunde oder noch länger. Das ist ein Prozess und dieser Prozess ist der Prozess des Erkennens. Nicht der aktiven Handlung und dem dabei bewussten Umgang mit dir selbst. Das ist wieder etwas anderes. Lass mich wissen, was du dazu denkst in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die immer und immer wieder durch die Meditation beispielsweise oder durch andere Praktiken versuchen, in die Beobachterrolle zu kommen, es ihnen aber nie wirklich gelingt. Es funktioniert auch durch die Meditation, nicht falsch verstehen. Aber diese Achtsamkeit im Leben ist nochmal viel tiefer gehend als durch eine aktive Handlung, das dann daraus zu erkennen. Dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal. Euer Ingmar.